Und das zeigt uns, liebe Geschwister, Allah hat alles im Überblick. Und wenn Allah erlaubt, wird der gerechte Herrscher kommen. Nur, wir müssen es verdienen. Guckt mal, ein 37-jähriger Kalif, der könnte jetzt noch die nächsten 60 Jahre leben, oder nicht? Theoretisch. Und er könnte so ein Tyrann werden. Fieber, leg dich hin, tot bist du, salamu alaikum. Und jetzt kommt ein gerechter Herrscher. Also zerbrech dir nicht den Kopf, welche Strategie, welche, wie muss man jetzt hier addieren und so weiter messen, damit der nächste gerechte Herrscher kommt. Überlass es Allah, sorg du dafür, dass die Menschen zurückkehren zu Allah. Dass die Menschen wieder die Religion Allahs umsetzen, die Muslime. Dass sie wieder den Islam im alltäglichen Leben leben, rufe zu Allah auf. Denn mit der Zeit, mit der Zeit, wird sich es schrittweise verbessern, die Situation, sodass vielleicht irgendein Herrscher, auch wenn er nicht so gut ist, einen Berater hat, der gut ist. Und deswegen eine Entscheidung getroffen wird, die für die Muslime gut ist. Also zerbrech dir nicht den Kopf, wie kommt der Beistand Allahs? Das ist nicht deine Aufgabe. Allah bringt den Beistand. Im Sinne von, ja Rabbi, wie machst du das jetzt? Wie ist dein Plan? Sondern wie kommt der Beistand Allahs? Also wie sollen wir uns ändern?